Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von meinGeldTV auf dem Financial Planner Forum in Berlin. Ich begrüße heute ganz herzlich Herrn Markus Herrmann, er ist Portfolio Manager bei Lupus Alpha Asset Management. Guten Tag Herr Herrmann. Hallo, schön Sie zu treffen. Herr Herrmann, können Sie uns verraten, worauf legen Sie einen Wert bei der Aktienauswahl? Der Lupus Alpha Dividend Champions ist ja einer der wenigen Fonds am Markt, die das Thema Dividende und Small und Mid-Caps kombinieren. Und wir fokussieren uns auf europäische Nebenwerte, das heißt mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Milliarden Euro. Diese Nebenwerte sind überwiegend in Nischen aktiv, generieren sehr hohe Margen. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir bei den Dividendenwerten nicht auf die Dividendenwerte gehen mit sehr hohen Dividendenrenditen. Weil das sind meistens die Unternehmen, die dann in der nächsten Krise keine Dividende mehr zahlen, weil sie zu zyklisch sind. Sondern wir konzentrieren uns absolut auf Qualitätswerte, die in jeder Marktphase die Dividenden stabil halten können oder sogar steigern können. Und das ist letzten Endes auch, womit wir unseren Anlageerfolg erzielen. Herr Herrmann, können Sie uns verraten, welche Branchen und welche Länder sind zurzeit aussichtsreich? Bei genauerem Hinsehen muss man bei der Länderauswahl sagen, dass Großbritannien überraschenderweise sehr attraktiv ist. Man hört ja sehr viel Negatives über Großbritannien bezüglich des Brexit. Und die Politik stellt sich nicht gerade geschickt an in den Verhandlungen. Aber wir sehen hier sehr viel Potenzial bei den Unternehmen, weil die Unternehmen pauschal vom Markt abgestraft werden. Und es finden sich hier sehr viele Perlen, die, wie ich erwähnt habe, Qualitätsunternehmen sind, in jeder Krise auch sehr gut performt haben, die wir zu sehr günstigen Preisen finden. Deshalb haben wir ein sehr hohes Großbritanniengewicht momentan im Fonds. Bei der Branchenauswahl sehen Sie auf unserem Factsheet, dass wir sehr hoch im Bereich Technologie gewichtet sind. Im Bereich Technologie sehen wir Internetwerte und alles, was mit IT zu tun hat, als sehr attraktiv an. Der digitale Wandel betrifft alle Bereiche. Keine Branche kommt ohne Digitalisierung aus. Und deshalb sehen wir hier die größten Chancen. Herr Herrmann, in welchen Marktphasen zeichnet sich Ihr Fonds ganz besonders gut aus? Dadurch, dass wir so einen großen Fokus auf Qualitätsunternehmen haben, ist es so, dass in Marktphasen, wo die Märkte heiß gelaufen sind, der Fonds meist nicht so stark performen kann. Dafür verliert er aber auch nicht so viel in Marktphasen, wo gerade die zyklischen Unternehmen unter Druck kommen. Und deshalb kann ich den Fonds für alle Anleger empfehlen, die eben auf Qualität setzen wollen und die großen Drawdowns hier verhindern wollen. Vielen Dank, Herr Herrmann. Bitteschön, gerne. Bitteschön, gerne.